Perfekt. Ich bin tot. Was? Wie hast du das geschafft? Keine Ahnung. Tot. Bumm. Was? Der hat dich einmal gehittet. Händchen, haben wir hier irgendwie Leben draus bekommen? Ja, perfekt. Fahr. Ich lass dich. Wenn auf uns geschossen wird, fahren wir weiter. Wo willst du lang? Links rank? In die nächste Großstadt? Boah, jetzt muss ich einmal hier drehen. Oder rechts lang zu dem Militärpunkt da. Militärpunkt würde ich sagen erstmal. Einfach der Straße folgen. Aber fahr mal zur Brücke da gleich rechts rein. Das auch nochmal, Militär. Gleich rechts rein hier. Ja. Ist da eine Base oder ist da nur so ein kleiner Ding? Oh, kein Wunder. Mein Auto ist alle. Nein. Mein Auto ist alle. Da ist es nur so eine Brücke. Kann sein, dass da ein Hulk steht. Pass auf. Ne, ne. Hier ist ganz wenig. Nur die einzelnen Zombies. Hoffentlich haben wir nicht den ersten noch Blutmode. Dann kotze ich ab, du. Wenn jetzt hier die Nacht ist oder wieder? Was meinst du? Es kommt jetzt Nacht. Wenn jetzt Blutmode ist, dann kotze ich ab, ey. Ich hab das mal geschrieben, weil die sind oben alle in dem Channel. Weil ich kann nämlich den Teamspeak sehen, deswegen. Nicht, dass die jetzt gleich runterkommen und fragen, ey, was macht ihr da? Nehmen die nicht mehr auf? Die anderen, oder wie? Scheint es so, dass sie nicht mehr aufnehmen, weil die sind jetzt alle da oben zusammen in einem Channel. Nur wir beide sind noch. Ist ja langweilig. Ist ja langweilig. Okay, da kommt ein Sprinter. Na. Komm. Komm. Oh, ja. Nice. Ist vielleicht viel besser. Ist schlauer, wenn wir jetzt, äh. Ja, so ververlämpern wir weniger Zeit. Der ist tot. Warte mal ganz kurz. Ich will mal Suicide klicken. Skills. Wo haben wir da nochmal? Extra Rise. So. Können wir eigentlich richtig gut leveln noch. Ja, naja. Das stimmt. Nimmst du den, ja? Ja. Ich gehe mal weiter. So. Aber hier sind keine Waffen, ne? Irgendwie. Hier kommt ein Sprinter. Oh, da kommt ein Sprinter. Ich habe es gerade gesehen. Oh, mich hat er erwischt. Mich hat er erwischt. Hier ist noch ein Military Knife, aber das bringt nicht so viel. Sandbag auf jeden Fall. Nötig? Nö. Ich weiß nicht, ob du das mitnehmen willst, um Granaten zu machen. Nö, 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 nö. Brauchen wir nicht. Ja, dann würde ich sagen, weiter. Ja. Aber erstmal nochmal skillen. Ich hab schon. Ich weiß nicht, ob ich nochmal Punkte habe. Ne, ich brauche 20. Ich hatte eben gerade 8. User joined your channel. Muuu. Wir sind noch am Aufnehmen. Oh. Muuu. Nur eine Folge, oder? Ja, wir nehmen gerade die zweite Folge schon auf. Wir warten gerade auf alle. Wir nehmen auf. Ich habe extra gerade hier geschrieben im Server. User left your channel. Mein Gott. Ich habe ein Technical Light gefunden. Ja, okay. Ich mache das mal kurz an meine Avenger ran. So. Der Hambi, der ist nicht mehr so gut dabei. Fährst einfach gleich links. Ich... Jo. Ne, links. Links durch den Wald. Okay. Kommen wir weiter mit. Gleich ist auf null. Ja, wir haben noch vier. Man sieht halt jetzt kaum was wegen der Ansicht im Wald. Das ist halt kacke. Ja, ja. Ja. Aber das... Geht schon klar. Irgendwie kriegen wir das hin. Wow, ich habe gerade Herzkrass mal bekommen. Ich habe das... Äh, das Tier da gesehen. Ich dachte, das wäre irgendwer... So, wir fahren jetzt langsam auf die Insel dann hinzu. Wir müssen uns am Ufer halten. Ach, das ist die Insel da? Genau. Da hinten die Insel. Da müssen wir hin. Das heißt, den Rest müssen wir laufen. Das passt ja eigentlich dann, ne? Jo. Perfekt. Gucken wir mal, dass wir noch irgendwie ein bisschen näher rankommen. Ja. Ich glaube, null Prozent. Ich kann immer noch fahren. Alles gut? Was ist los mit dem Wagen? Okay, jetzt ist er abgekackt. Ja, so. Die Sache ist jetzt... Natürlich wissen wir jetzt nicht, wann die... Warte mal, ich mach mal ganz so zack. Dann kann ich ungefähr sagen, wann wir die 15 Minuten voll haben. 15 Minuten ist mal eine Folge? Ja. Obwohl, ich weiß ja nicht. Obwohl, danach ist ja, glaube ich, egal, ne? Weiß ich es nicht. Ja, die zweite Folge können wir ja dann machen. Wir können ja die Folgen dann nachgeschalten, wie wir wollen. Stimmt ja, stimmt ja, stimmt ja, stimmt ja. Also machen wir so lang, wie wir meinen, ne? Ich würde sagen, 20 Minuten höchstens, oder? Also wir sind... Ich bin jetzt bei mir bei 23 Minuten. Gut, ich habe vorher schon angefangen. Das heißt, du kannst drei Minuten abziehen ungefähr. Oder fünf Minuten abziehen, sind wir jetzt bei... Also haben wir jetzt eine Viertelstunde bei der Folge. Ungefähr, ja. Ja, dann sagen wir Viertelstunde noch und dann haben wir die Folge auch schon. So, waren wir erst im Schiff? Äh, ja. So, ich mach mal die Waffe an. Ich lass dich dann mal ein bisschen vor. Ja, warte. Ich bin noch ein bisschen hinten. Ich mach dir Licht. Erster Freund. Oh, du hast so eine Igelfeier... Ne, du hast ja... Ne, du hast eine Maple Strike. Ja, Maple Strike. Du hast eine Schneller. Du hast eine Igelfeier und eine Maple Strike, meinst du? Ne, ne, hier war ein schnellerer Typ. Achso. Der Zombie. Warte, den will ich jetzt aber auch mal töten. War ein Schneller da vorne? Ja, der kommt. Gut, perfekt. Ich bin tot. Was? Wie hast du das geschafft? Keine Ahnung. Tot. Bumm. Ah, der hat dich einmal gehittet. Ja. Nice. Ja, ich bleib ja hier bei der Leiche. Das Blöde ist, der Tor zählt. Stimmt. Der Tor zählt. Scheiße. Nein. So ein Mist. Neun Leben. Neun Leben. Oh mein Gott, wo bin ich denn jetzt schon? Ich bin bei Stratford. Oh nee. Das ist weit weg. Ähm, bisschen. Ein wenig. Eventuell. Du findest bestimmt ein Auto. Naja, ich schwimme jetzt einfach rüber zum Gefängnis. Das Gefängnis, das wäre auch nochmal eine gute Anlaufstelle gewesen. Das war bei uns in der Nähe. Ach nein. Nein. Nee. Ich hatte generell zu wenig Lehm. Ich hatte nur noch 20 Lehm oder so die ganze Zeit. Musst du sagen, dann geb ich dir Bandage. Ja, du hast mir vorhin eine gegeben. Und, ähm, ja. Egal. Einfach, einfach fragen. Ich fütter nicht damit. Sei ruhig gerade alles am Boden. Blub, blub, blub. Nehm. 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 Nehm, nicht sterben. Ne, solange du nicht stirbst. Das ist alles. Sind die anderen eigentlich noch da? Ne, wir sind alleine auf dem Server. Ja gut, dann. Kann ich die Sachen liegen lassen? Ähm, ja. Aber bleib am besten da in der Nähe so, ja? Ja, ich wollte schon mal rüber gehen hinten. Das meinte ich. Achso, zum Ding, ja. Pass auf, dass du aber nicht stirbst. Ne, ich hab eh hier. Das siehst du auf der Insel ist ja so ein komischer eckiger Kasten. Das ist so eine Base, wo du auch runter gehen kannst. Das ist halt das Geile. Vor allem gibt es hier bestimmt diese OP-Waffe, die es auf jeder Map eigentlich gibt. Einmal. Das kann sein. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Kann ich mir noch einen Schluck kriegen. So, vor allem hier muss man natürlich auch mega aufpassen, äh, dass man nicht stirbt, weil als ich alleine gespielt hab, dann war mir das scheißegal. Wenn ich irgendwie am Megalow war, äh, hab ich mich irgendwo versteckt, getötet, Sachen wieder geholt. Ja. Das geht jetzt natürlich ja nicht. Ich hab meine Facecam gar nicht gestartet. Naja, egal. Zwei Folgen ohne Facecam. Was passiert? Warte mal, ich werde jetzt gucken, was ich noch leveln kann. Ich level jetzt mal, ähm, Diving. Ein bisschen schneller schwimmen wenigstens, weil ich bin hier gerade im Wasser umgegeben. Was davon ist das? Natürlich nur ein bisschen dunkel. Ja. Ja, wenn wir später Nachtsichtgeräte haben, das ist natürlich das beste, ne? Ja. Aber die grünen, die grauen sind, die grauen bringen nicht so viel. Die grauen, die bringen nix. Das ist, äh... Das ist Blödsinn. Ich benutze meist sogar die grünen noch nicht mal, weil ich das einfach generell Blödsinn finde. Aber die bringen wenigstens etwas. Ich finde es schade, dass man nicht sieht, wenn jemand connectet oder nicht connectet. Das ist schade. Ja. Man muss immer denken, dass jemand kommt. Einfach immer im Hinterkopf haben, da könnte jemand kommen. Ja, ich drücke ja zwischenzeitlich gerade M. Vor allem jetzt, wo ich jetzt gleich ans Land komme. Ja, gut. Oder so halt. Ich bin ja mal gespannt, wie das aussieht mit den anderen Teams dann. Wir sind auf jeden Fall noch alleine. So, ich renne jetzt gerade durch. Ich bin also bald da. Also bis zum Ende der Folge schaffe ich das mindestens. Ja, gut. Perfekt. Meine Freunde startet ihren Laptop. Laptop? Ja. Schade. Denk aber daran, dass du nicht so laut machst, ne? Nein. Gleich. Richtig laut. Hier sind zwei Bögen. Wie bitte? Aber nicht, wenn du irgendwelche Musik laufen hast, die GEMA geschützt wird. Naja, das ist meine Freundin. Oh shit, da bin ich fast gestorben. Ne, bitte nicht. Nicht sterben. So, ich geh jetzt zum Schiff zurück. Aber hoffentlich sind dann jetzt keine Viecher gespawnt. Das wäre jetzt richtig kacke, wenn da ein neues Viecher gespawnt wäre. Freunde, weißt du was ich sagen würde? Wenn die gleich eine zweite Folge aufnehmen wollen danach, dass wir dann gleich die dritte aufnehmen. Dann sind wir immer so einen Schritt voraus, weißt du? Okay, meine Sachen sind hier noch. Schnell alles anziehen. Alles noch da? Jaja, alles noch da. Alles noch da. So, zack, 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 zack. Sammeln wir gerade alles ein. Wir müssten auch mal bald in den Krankenhaus so gehen. Okay. So, ich bin auf dem Weg zu dir. Hier ist kaum was drin. Ach, man kann noch weiter runter. Aber hier ist generell auf der Map kaum was. Da, wo ja eigentlich diese grünen Boxen, ne? Ja. Wo eigentlich Waffen drin sind. Da sind keine Waffen drin, irgendwie, ne? Okay. Ein bisschen schade. So. Wir sind immer noch alleine auf dem Server. Und ich sehe gerade, ich kann nicht kicken und muten. Also zumindest steht das zur Verfügung. Ja, lieber nicht machen. Nee, nee. Vor allem nicht kicken, das ist ja ein bisschen doof. Ich muss mal was essen und trinken, so langsam. So, ich bin jetzt auch bei dir. Also das bin ich, falls du was sagst, ne? Ja. Und ich wundern. Hier ist ein Bogen drin, okay. Noch ein Bogen. Was soll ich denn mit einem Bogen? Oh, ich habe ja noch die geilen Bären. Bitte sei gut und gib mir jetzt keinen Trip. Und? Oh, ich bin gut auf dem Trip. Ich sehe gar nichts. Und wir müssen demnächst mal irgendwie ins Krankenhaus. Ich brauche Tabletten. Ich bin radioaktiv. Dingsbumster. Ein bisschen viel. Ja. Die Bären nicht mehr fressen. Nicht mehr die Orangenen fressen. Die ist nicht gut. Da passiert aber nicht viel. Ja, wenn du hier dieses radioaktive Zeug auf Null hast, dann nippelst du ab. Dann war es das mit dir. Ja, das stimmt. So, warte. Ich gucke jetzt gerade noch ein bisschen. Oh, fast gestorben. Knochen gebrochen? Nee, gar nichts. Achso, sonst hätte ich hier ein Dings gegeben. Zum Heilen. Gar nichts. Hier ist gar nichts unten. Muss gar nichts runterkommen. Okay. Na gut, dann können wir hier wieder rausgehen. Ja, dann crafte ich den Rest hier bei mir mal. Oh, da oben ist ein Zombie. Ich mache mir jetzt einfach die Dressings. Ist mir jetzt relativ. Bist du schon nach oben gegangen? Nee, ich bin nach unten. Oh, Schirr hat ein Zombie. Ja? Da oben ist ein Zombie. Ich renne jetzt hoch. Warte, wo ist denn der? Ach nee, komm hoch, komm hoch. Der ist außerhalb. Ja gut, dann. Ah nee, hier ist er. Da ist er, ja. Lass mal hier noch reingucken in den Container. Das ist closed, das ist gut. Ich habe wieder ein bisschen geskillt, aber wo wollen wir jetzt hin? Du hast den Plan? Also ich würde sagen, wir haben jetzt noch das Gefängnis, da bin ich gerade gewesen. Das ist diese mittlere Insel in der Mitte komplett. Okay. Oder wir können halt auch, ich weiß ja nicht, wo wir noch was zu fahren herkriegen. Lass mal zur Whiteshire fahren, die ist genau gegenüber von uns. Okay. Da können wir eventuell, wenn da noch keiner war, wo ich eigentlich von ausgehe, dass da schon jemand war. Warte mal, wir müssen mal kurz gucken. Wir sind immer noch alleine. In welche Richtung müssen wir? Ähm, ich glaube in die Richtung. Die Map immer vergessen. Man muss ja keine Map finden. Da vorne. Äh, M. Ja, habe ich gerade schon gesehen. Ich habe keine Ahnung, wie ich drauf kam. Ich dachte, man muss eine Map finden. Ich weiß ja nicht, ob das früher so war, als du das letzte Mal gespielt hast. Ich glaube, das war auch einfach nur mit M. Wieso schwimmst du rückwärts? Weil ich dich angucke. Oh. Ich habe mit meinem Kumpel, der rennt vorwärts, aber bei mir rennt er immer rückwärts. Immer Rennzeigefehler. Immer. Immer rennt er rückwärts oder seitwärts. Seitwärts so, weißt du? Ich sehe schon sexy aus im Game, ne? Mit der Sonnenbrille. Hast du als Skin, ja? Ja. Ich bin ja immer angezogen mit dem gleichen Shirt. Was habe ich an? So einen Blitz, ne? Äh, ja. Oder? Ja, die Vesta ist halt an gerade. Drüber. Achso, ja. Die ist drüber, genau. Dafür habe ich keinen Skin. Okay, jetzt gehen wir mal vorsichtig. Da vorne ist halt wieder ein Farmer. Da sind noch mehr Farmer. Ich würd' sagen... Alter, da drin. Ja, ich würd' sagen, lass die erstmal locken. Was ist das? Plänter? Das ist irgendwas zum Bauen, glaube ich. Ja, ja, hier können wir anbauen. Schoffeln und sowas. Okay, da oben sind auf jeden Fall zwei. Oh, jetzt verfolgt mich der eine natürlich. Und der andere ist ein Sprinter. Ich krieg' die Krise. Ich glaub' der größte Feind von uns werden halt wirklich die Zombies sein und nicht die anderen Spieler. Oder verhungern und sowas. Oh, ich hab' ihn getötet. Den Sprinter. Oh. Die Viecher sind echt scheiße. Den kriegst du, ja? Ja. Gut, ich geh' in das Hütchen rein. Oh, da drin ist ein Sprinter. Oh, ich krieg' den. Den erschieß' ich jetzt einfach. Ich hab' ne Kettensäge. Oh, nice. Jetzt heißt es leveln. Vor allem, auch wenn die kaputt ist, juckt das ja nicht. Ganz ehrlich. Das juckt nicht. Nö, das juckt wirklich nicht. Vor allem, das geile ist, überleg' mal, wenn wir jetzt unser Rennen so hochskillen, das ist schon echt auch schon ne Waffe, ne? An sich. Das Hochskillen ist eh das Wichtigste. Pappe! Dann muss ich erst mal den Sound ein bisschen leiser stellen. Du druch' weiter, äh, weiter die Dingens hier, die Scheune. Achso, du hast noch nicht geguckt? Nee. Nee. Ich hab Zombies getötet. Was wir auf jeden Fall noch brauchen, ist ne Bad-Rolle. Oh, ne Armbrust, die nehm' ich mir erst mal mit. Und ne Säge, die brauchen wir nämlich auch mit zum Craften, weil die brauchen wir, wenn wir was wegen Base bauen, ne? Ja. Und wenn wir, äh, ne Kiste haben, wo wir Sachen verstecken, wo wir mehrere Waffen haben, wir fällen einen Baum, stellen die Kiste auf den Baum stumpf, der Baum wächst nach, easy versteck. Ja, das ist auf jeden Fall ne gute Geschichte. Das können wir machen, ja. So, jetzt guck ich mal hier in der Scheune, aber hier wird nicht viel sein. Oh, ne Kettensäge. Oh, nice. Dann leveln wir. Und Tomatenseed. Jetzt leveln wir. Aber sowas von. Und von den Tomaten. Geil. Das heißt, wir können Tomaten anpflanzen. Nice. Ich nehm mal hier den Planter mit. Die Frage ist auch auf jeden Fall, wo wollen wir unsere Base bauen? Das ist die Frage, ne? Irgendwo versteckt. Ich meine, die Base des Gegners dürfen wir ja nicht abbauen. Ne, so ist es, also schlimm ist es jetzt nicht. Zumindest haben wir das ja so besprochen. Ja gut, dass wir das nicht abbauen. Man kann ja eigentlich alles kaputt machen. Wir haben uns eigentlich drauf geeinigt, bin ich der Meinung, dass wir das auf natürlichen Wege machen, ohne einfach einzubrechen. Okay. Wenn das natürlich der Fall ist, dann würde ich sagen, dass wir uns auf jeden Fall zentral bauen, hinsetzen. Am besten auf, äh, bei dem Gefängnis würde ich sagen. Da haben wir dann immer noch gute Sachen vor. Denn da haben wir jetzt eventuell noch das Glück, Schrotflitten zu bekommen. Ich würde da sowieso sagen, dass wir gleich mal ganz kurz nochmal hingehen, gucken, und dann die Folge beenden. Was hältst du davon? Können wir machen. Ich würde aber erstmal nochmal ganz schnell begrenzt und ein paar Bäume fällen. Mach das, ich bin auch gerade dabei. Meine hat zum Glück 54% gehabt, als ich sie geholt habe. Ja, meine hat irgendwas mit 40, aber reicht ja. Das ist Kettensäge. Na, naja. Auch mit 0 geht es sehr weiter. Dauert zwar nur länger, aber es geht. Okay. Obwohl, die Armbrust brauche ich nicht. Ganz ehrlich, die schmeiße ich weg. Es wäre unnötig, wenn ich die mitnehme. Aber weißt du, was wir mitnehmen könnten eigentlich? Das Holz. Ja, naaa. Das verschwendet hat viel Platz, ne? Ja, das ist natürlich klar. Jawohl, wir warten einfach noch, ne? Ich gucke nebenbei. Okay, Basti und Destiny sind wieder drauf. Okay. Das heißt, wir müssen aufpassen. Da vorne ist ein Reh. Ich wollte gerade sagen, wer ist da? Und ein Schwein. Aaaaah. Oink, oink. Das Schwein ist tot. Ich habe jetzt Pork eingesammelt. Das Leder packe ich wieder raus. Oh ne, das ist zu viel Platz. Kommst du langsam? Ich würde sagen, wir gehen schnell zum Gefängnis. Da können wir uns ja auch ausloggen. Jo. Bye bye. Machen wir dann noch ne Folge? Oder wollen wir dann erstmal chillen jetzt? Ähm, ich weiß nicht. Wir können ja danach kurz zu den anderen gehen. Eventuell, falls da welche da sind. Ich weiß nicht, ob die schon aufnehmen? Ja doch, die sind in den Aufnahme-Channel. Alle? Ne, nur Basti und Destiny Cast, die nehmen noch auf. Ich muss eben schnell was umstellen. Dann würde ich sagen, machen wir danach gleich die dritte Folge. Aber dann beenden wir vor die Aufnahme einmal. Ja. Erstmal hier ein paar Sachen umstellen. Mhm. Okay. Ich bin hier und warte auf dich. Ich fäll noch mal sehr lange den Baum. Ich hoffe jetzt nur, dass beim Gefängnis keiner ist. Weil das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass Basti da jetzt ist mit Destiny. Weil ich meine, Basti hat das ja auch vorher immer als Singleplayer alles gespielt. Da weiß halt, wo auch gutes Zeug ist. Baum war riesig, Mann. So, dann gehen wir noch rüber. Genau. So, warte mal. Äh, G, Skills, ähm, B-B-B-B-B-B-B, Cardio und Diving. Ich hab Cardio full. Okay, warte mal, was machen wir denn noch? Overkill mach ich noch einmal. So, boah, Alter. Ja gut, du hast richtig viele Bäume abgefarmt. Ja, und davor hab ich halt auch schon die ganze Zeit auf Cardio. Genau. Ich mach immer erst Extra-Rise, weil da kannst du länger laufen und verbrauchst weniger. Ah, stimmt. Das war... Ich dachte, Cardio wär das. Cardio ist das... Warte mal. Schneller regenerieren. Schneller regenerierendes Cardio, glaub ich. Ja, genau. Regeneration. Ja. Regenerierst du schneller. Naja, mein Gott, ist ja nicht so schlimm. Ja, mach ich halt das nächste, mach ich halt das andere so. Eben, eben. Musst du das so oder so machen. Du hast ne Waffe, mit der du dich verteidigen kannst gegen die, wenn die hier sein sollten. Eine Pistole hab ich, ja. Gut. Und ne Kettensägel. Das kannst du ja auch machen, ne? Mit der Kettensägel durchrennen, das mach ich jetzt. Ja gut, hier ist aber niemand. Hier sind überall Zombies und kein Basti. Tot. Okay, ich kletter hier kurz hoch. Jo. Oh ne, warte. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Kettensägel ist auch richtig gut im Blutmundnacht. Ja, das stimmt. Mit der Kettensägel kannst du einfach richtig viel niedermetzeln auf einmal. Oh! Geil. Eine Schrotflinte. Geiß. Missing Space. Oh nein, bitte nicht. Nein. 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 So ein Mist. Wir müssen gleich mal in die Stadt gehen. In der nächsten Folge dann. Das können wir weg. Ja. Weil, äh, ich brauch Essen und Trinken. Oh. Jojojo. So. Apropos. Ich glaub ich brauch bestimmt auch. Hab ich gar nicht drauf geachtet. Nicht, dass ich hier gleich verdurste. Aber noch, geht doch noch. Na komm. Komm raus hier. Plup. 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 Mh. Aber ich nehm erstmal die Kettensägel, damit bin ich sicherer. Verballer ich nicht so viel Muni. So, nächster Turm. In den Türen ist immer eigentlich recht guter Stuff, Mais. Ja, ich guck hier grad wegen Klamotten und alles. Für neue... Oh, nice. Eine Tür. Eine Gittertür. Nice. Das heißt, wir können unser Haus schonmal safen mit einer schönen Eisentür, die keiner aufkriegt. Das ist doch gut. Noch mehr so ne Türen. Digga, ich schwöre. Nein. Okay, weißt du was ich mache? Was? Ah ne, das ist ein Fenster. Oh, die brauch ich nicht. Aber die können wir... Weißt du was? Ich mach das jetzt einfach. Die setz ich jetzt... Ich bin jetzt richtig kackengreist. Setz die jetzt hier einfach in das Haus und mach das Haus nicht. Das ist jetzt unser Haus. Yo. Nice. So, einfach, weißt du, die Sachen, die hier spawnen, damit wir uns die immer wieder krallen können. Ich hab ja schon wieder ganz viel Bandagen. Zwölfer Gorkches. Das sind die glaube ich, die ich brauche für meine Schrotflinte. Ja. Du hast Lust, die Schrotflinte, die Dinger. So. Ah, noch ne Tür. Nice. Die setz ich jetzt hier rein. Auch wenn das nicht springt, weil... Ja. Weil du. Weil zu. Ja, ja. So, ich hab jetzt, äh, sieben oder acht, äh, diese richtig guten Türdinger. Ja. Ja, sieben Stück haben wir. Perfekt. Aber du warst gleich richtig im Gefängnis drin, oder? Oh, ich verblute, ich verblute. Ui, 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 ui. Hast du was, hast du was, hast du was? Ja, ja, ich hab was, ich hab was, ich hab was. Ich hab Dressing. Komm schnell. Zack, zack, zack. Der Zombie hat mir einen Hit gegeben und ich blute. Ja, ist ja oft so. Das war ein Kriecher. Das ist... Die Dinger geben dir immer gute Hits irgendwie. Okay, hier ist nix drin. Ist da überhaupt schon drin? Das ist die Frage jetzt. Aber ich sehe gerade, wir nehmen 44 Minuten auf. Das heißt, wir sollten langsam beenden. Ja, dann würde ich sagen, wir beenden hier die Folge. Wir loggen uns dann erstmal aus. Dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dann und tschüss. Bis dann. Bis dann.